Es ist nee. Oh, die war schon damals aber ne gute eigentlich. Benchil Pappnasen? Äh, Genesis Pappnasen? Was soll denn das jetzt? The goddess descends from the sky. Wings of light and dark spread afar. She guides us to bliss, her gift everlasting. That's my hair! You were a test subject in Hojo's new experiment. A modified version of Genova's power runs through you. What? Seriously? No way. He just ate my hair. Your cells will be my gift of the goddess. The degradation will cease. You are twisted. The monster has been harvested and can be discarded. You're the monster. Legend shall speak of sacrifice. At world's end. The wind sails over the water's surface. Quietly. But surely. ... ... ... ... Oh, ein ganzer hübscher ist er jetzt geworden. Ah, fuck. Ah, Dreck, Alter. Hätte ich lieber zugeschlagen. Ah, Dreck, Alter. Ah, Scheiße. Jetzt halt einfach nur noch die Scheiße spammt, Alter, der kleine Penner. Weg mit dir, wegfegen. Angeal. So, what do I do? Tell me. Huh? Wow, wow. Cloud, this is my hometown. This is Gungaga. Ja, ist schon aus mit dem Risiko-Schrotthaufen. Stillgelegter Marco Rector ist stillgelegt, Alter. Das Ding ist einfach nur Schrott. Hm. Nein. Ich kann nicht ins Haus gehen. Das Ding ist einfach nicht. Ich bin sicher, dass sie uns da sind. Ich bin sicher, dass sie uns da sind. Ich wundere, wie die Mutter macht. Es ist riskierend. Aber soll ich zurückgehen? Es ist hier ein Schuss, aber es ist geblieben. Bei Rubble. Ich denke, das große Schuss von deinem kann vielleicht all diesen Rubble wegschlagen. Da ist ein Monster drin. In der Scheißkiste? Oh. Hä? Oh oh. Boah, du Sack, wie halt mich trotzdem trifft. Alter, leckt mich jetzt. Ne, oder? Oh man. Weil ich keine Magie mehr hatte. Ist das euer Scheiß Ernst, dass ich jetzt einfach kostenlos Magie frei bekomme? Was soll denn der Dreck? Ja, komm selber durch, Mann. Aber das mit der Sequenz ist immer noch voll bescheuert. Das ist ne Scheiß... Das ist ne Scheißfassen, Mann. Hypnokrone. Achso, da oben ist auch noch was. Ach komm, wir machen einfach alles. Das geht schon. Sechstausend Gil. Ne, komm, als ob ich nicht wüsste, dass da oben was drin ist als das, nachdem es wackelt. Aber macht es trotzdem, weil man es kann. Ah ok, jetzt halt. Noch ein Greif. Aktivieren Combat Mode. Ach komm, musst du dir das jetzt einsetzen? Jetzt hätte ich mich so gut wieder aufstufen können mit dem ganzen Zeug, mit dem Plus 5 Magie und dem ganzen Mist. Subspiriga. Das ist, glaub ich, Leben abziehen, ne? So ein Scheiß. Von Kunzel. Hatte ich's mir doch gedacht. Ja, es gehen Gerüchte um, dass aus Niblam zwei Versuchspersonen geflüchtet sein sollen. Bist du etwa eine von ihnen, Zack? Dann sei auf jeden Fall vorsichtig. Ein Großteil der Shinra-Armee ist mit Jagd beauftragt worden. Ich frage mich, was du bloß angestellt hast. Ist mir gleich, ob du mit Shinra auf Kriegsfuß stehst? Ich erwarte deine Rückkehr. Sieh gefälligst zu, dass du überlebst, hörst du? Speicherort. Ah, wieder geheilt. Alter, ich müsste halt eigentlich immer noch... ...leveln gehen. Aber nein. Behind you. So predictable. Couldn't you guess your hometown would be... ...the first place we'd look? Hm. Here to see your parents? Yeah, so? What's wrong with that? I see. Yeah, well... I guess you're right. It was pretty careless. We'll be going. Be careful. Security is very tight right now. Apparently, another target is in the area. Who? Angeal. I see. I see. He died by your hand. You're not surprised. I think he may have helped us. Escape Shinra Manor. Interesting. The sighting reports were true. But why would he come to a place like Gungaga? He came here to see you. What other reason could there be? Run away if you can, Angeal! The Turks are watching! I'll give you ten minutes. After that, I return to the Turks. Return? Right now... I'm not in the mood. I can't bring bad news to your parents. My mom. How is she? She's worried. She thinks after all this, you'll never be able to find someone to marry. What's up with that? They're nice people. And they're doing fine. Good. That's all I need to know. Yeah. How's your folks? I was... Raised inside Shinra. Hey, Sisne. Would you mind... Keeping my folks' company for a while? Alright. No problem. They'll probably ask you to join the family. Already happened. What? What did you say? Sisne! Not my real name. What? You have five minutes left. Angeal? Angeal, it is you! This is the... Hey, wait! Is it really angeal? Only one way to know. What? How are you doing? What? I'm realizing that today in combat mode. Bring it on! Mailadresse von Geheimagenten wird dafür halt neuer Laden verfügbar. Naja, so schlecht ist sie ja, sie ist es ne dann gar nicht, dass sie von Shinra großgezogen wurde. Professor, äh, äh, ne. Kommandant Lazard, irgendwie so? Hey, warte! Warum jetzt? Das... ...Sells. Sorry, fresh out. Aktivieren den Kombat-Mode. Tak. Das ist okay. alter fuck und chocoboot tritt noch rein haben wir den jemals gesehen oh ja haben wir Conflict resolved. His cells are completely useless. You are a former member of Soldier. Your cellular structure has already mutated. Hollander, you did it to yourself? Yes. After nearly being killed by Genesis, it was really all I could do to survive. I merely borrowed some cells from Genesis. You know you're degrading. Indeed. But there is still some hope. The gift of the goddess. A pure S-cell sample will stop the degradation process. Pure? There are two of you on the run. Uh... no. One is a former soldier operative, the other an infantryman. That infantryman carries within his body the last pure S-cells in the world. Hey! Do you know the verse in Act 4 that leads into the final act? Of course not. Legend shall speak of sacrifice at world's end. The wind sails over the water's surface, quietly, but surely. Enough about sacrifices and endings. I don't want to hear it. You don't understand the beauty of these words. How tragic. I'm not surprised. Even I didn't understand all of it. The greatest mystery behind the gift of the goddess? The water's surface. And the answer I have arrived at is the Lifestream. What? There are various theories regarding the missing final act. However, only my theory is correct. And I will prove it to you. No, that won't be necessary. You will understand. The clouds are in danger. Back to the reactor. You have to move quickly! Activate the combat mode. Oh, no. No, no. No. The ultimate resolve. I have a chance of shooting. I have had to get to it. I have to get to it. I have to get to it. No, no. There is a key. I have to get to it. Wie ist ein Zombie? Du! Es ist vorbei! Oh, war er, der 30, ich habe. Ich will mir nichts abziehen, ey. So, Achtstreich. Achso, das ist alles reduziert, ne, bei ihm. Alter, voll Zombie-mäßig mal. Das war ein lange Zeit, Zack. So, was ist passiert? Das Ding war nicht so schwer. Ich kann nicht gegen eine Zerstörung kämpfen. Ich bin nur ein Angeal Copy. Copy? Es ist Luzard. So, du bist der Mann, der aus Junon unterstützt? Warum würde du so etwas tun? Für meine Revenge. Ich brauchte Hollander. Du hast wirklich die falschen Freunde, nicht wahr? Ich glaube. Ich verstehe. Ich habe nie gedacht, dass ich eine Angeal Copy werde. Na gut, du bist glücklich, dass du mit dem Projekt G bist. Es ist ein strange Gefühl. Ich will. Die Lust für die Vengeance, die so hat meine Leben so verletzt, ist jetzt alles weg. Oh, nein. Und der Platz ist ein Willen, um dir zu helfen. Ein Willen, um zu retten Genesis zu retten. Nein, es ist größer als das. Ich... Ich will, um den Welt zu retten. Ich will, um den Welt zu retten. Das ist nichts anderes. Angeal ist in dir. Genesis versucht, um den Gift der Gottes zu erhalten. Aber was ist es genau? Nein. Whatever es ist, er muss zu retten. Ich verstehe einfach nicht, was er spricht. Was soll ich machen? Angeal kann uns den Weg zeigen. Vielleicht. Ich hoffe, Herr Direktor. Herr Direktor. Also, Zack. Was ist dein Traum? Huh? Oh. Mal schauen. Um zu werden, um ein Heroin zu werden. Hm. Unattainable Traum sind das beste Kind. Oh, komm mal. Lend mir eine Hand. Du und Angeal, beide. Wenn wir das ausziehen, werden wir alle Heroin zu werden. Ich fühle mich als einer. Also, Zack. Wo ist Genesis? Ich sehe. Wie schnell wachsen diese Federn eigentlich immer nach? Ich meine, so viele Federn, wie die teilweise verlieren. Reunion. Ich glaube, das wird es dann Richtung letztes Kapitel. Aber das passt eigentlich ganz gut. Da brauche ich es nicht ganz zu übertreiben heute mit dem Späten aufzuleiten. Da bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Alter, wir spielen jetzt dann vielleicht 10 Stunden, ne? Hat es nicht geil, dass das Spiel mindestens 17 geht oder so? Warte. Das checken wir noch kurz. Oh. Ich habe kein WLAN hier. Okay, wir checken es jetzt gerade nicht kurz. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Servus. WLAN 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 Untertitelung des ZDF, 2020